Ist die Baubranche, sind die Menschen überfordert von der Digitalisierung? Um es kurz zu machen, ja. Wir sind alle überfordert. Diese Entwicklung hat ein Tempo aufgenommen und entwickelt sich in Richtungen, die wir noch gar nicht nachvollziehen können. Also in diesem Sinne hinkt der Mensch dem, was er geschaffen hat, hinterher. Also das ist eine Art, wenn Sie so wollen, ein altes griechisches mythologisches Thema, nämlich Prometheus, nicht wahr? Also wir haben Dinge geschaffen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie richtig funktionieren, wie sie sich entwickeln und in welche Richtung sie sich entwickeln. Das kann zu unserem Guten sein oder auch zu unserem Schlechten. Vielen Dank. Vielen Dank.